Wer ist die Mannschaft für unsere Cheftrainerin Marisa Bundelich? Wer ist die Mannschaft für unsere Cheftrainer? 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 Applaus Was mir durch den Kopf geht, ist es schade, dass wir so ein Spiel verlieren. Wir sind gut daran gesehen, gerade in der ersten Hälfte. Ich würde sagen, Chance der Plus für uns. Wir haben Servet zu wenig zu Fehlern gezwungen. Dadurch waren wir zu wenig gefährlich, vor allem in der letzten Phase des Spielfelds. Zu wenig bissig, zu wenig effizient. Wir machen zwei, drei Fehler. Servet nützt das sehr gut aus und schlussendlich steht es 0 zu 3. Es wäre zu vermeiden gewesen, aber ich glaube, es geht so in Ordnung für uns. Ja, ich denke, ein Umschaltspiel. Wenn wir so lange Bälle gespielt haben, haben unsere Stürmerinnen genau gewusst, was sie machen müssen und einfach säckeln. Und wir konnten so zwei Goals schiessen. Das ist Janifik. Abonnenssäu und nach oben auf die Schmutzarbet. Bis zum nächsten Mal.